Und hier ist er, der erste Ultra HD 4K Blu-Ray Player von Samsung, der UBD-K8500 wurde auf der Pressemitteilung von Samsung vorgestellt und soll leider erst 2016 auf den Markt kommen. Ebenso sollen erste 4K Blu-Rays, welche im Zuge der Pressekonferenz von 20th Century Fox vorgestellt wurden, ebenfalls erst 2016. Man geht davon aus, dass es im Frühjahr 2016 ist, auf den Markt kommen. Der Blu-Ray Player selbst unterstützt die neue FK Blu-Ray, spielt aber auch DVDs, 3D Blu-Rays und normale Blu-Rays ab. Und unterstützt auch den neuen HDR-Standard und unterstützt auch WiFi und hat hinten einen LAN-Anschluss und ist in der Lage 4K-Serien und Filme zu streamen, zum Beispiel von Netflix oder Amazon Instant Video. Wie wir sehen, funktioniert der Blu-Ray Player auch schon. Ja, das wird immer realer. Auf der Vorderseite haben wir den Anschluss für die 3D Blu-Ray, daneben ein Anschluss für einen USB-Stick, wenn ich den mal richtig visieren kann. Das müsste ein USB 3.0-Anschluss sein. Auf der Rückseite haben wir einen SPD-IF-Anschluss, einen Gigabit-LAN-Anschluss, den HDMI 2.0-A-Ausgang, sowie den Netzanschluss für den Strom. Mehr Infos zu dem Gerät findet ihr auf 4K-Filme.de und 4K-Blu-Ray.de. Bis dann!